Guten Morgen, ich bin die Verrückte Ente, wir sind zurück zum neunten Let's Play mit dem besseren Township und zwar Farming City. Und ich war ja heute auf Tour, war viel unterwegs. Oh Mensch, ich glaube ich muss gleich wieder husten, ich habe schon wieder so einen Kratzen im Hals. Ich glaube, ich werde auch noch lange was von diesem Husten haben. Ja, ich werde noch lange was davon haben. Ich glaube, der geht nicht so schnell weg. So, ich habe extra gewartet mit euch, weil es gibt das erste Event. Ich kann das Event spielen, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe dieses Spiel ja nur angefangen wegen den Events, weil ich ja hoffe, dass es hier besser ist, als wie bei Township. Das ist quasi das, das alte Township ist. Hoffe ich, also ich hoffe, dass echt, ich hoffe, dass ganz, ganz doof, ich hoffe, dass so dolle, ich muss mal eben gucken. Mein Gott, der Husten. Ah, die Fabrik ist auch fertig, sehr, sehr gut. Ich habe nur einen Zucker, hm, okay. Da sind Feld frei. So, hier, zack. Na, so jetzt aber. Und wir schicken hier noch was weg. So. Ich mache jetzt sofort das Ding auf. Wartet. Ich will mal eben gucken. Landwirtschaft. Ein neues Feld. Oh, noch ein neues Feld. Noch ein neues. Hä, was ist denn hier los? Okay. Einfach drei neue Felder. Ja, da freue ich mich natürlich. Ich nehme wieder mit meinem anderen Handy auf. Habe ich schon sehr lange nicht gemacht. Und ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich bereue es ja jetzt schon, das Bimmeln. Ich hoffe nur, dass da nicht so viele, sagt mal schnell, Meldungen gleich kommen. Textilfabrik. Also so Einblendungen, dass ihr seht, was mir jemand schreibt oder so. Ach, das war immer ziemlich nervig. Ja. Und das ist auch nervig. So, wir gehen rein in das Event. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Was man machen muss. Tap to drop Gift. Ah. Okay. Ups. Oh nein. Ah. Jetzt kriegt man nur zwei. Und nachher ist dann nur noch eins, wa? Amazing. Congratulations. Ach, ich habe es geschafft. Ja, krass. Ja, krass. War ja easy. Direkt noch mal. Also die Elke hat das wohl schon gespielt. Und die hat gesagt, das wird später immer schneller. Ah, seht ihr, da fallen dann immer ein paar ab, wenn man es nicht genau drauf macht, werden immer weniger. Ja, bis man wahrscheinlich nur noch eins hat. Ja. Und ich denke mal, umso mehr man schafft, bis nach oben, umso besser, ne? Nein. Ja. Jetzt ist nur noch eins. Hilfe. Oh nein. Oh. Game over. 64 Sternen. Zählen die jetzt gar nicht? Doch, die zählen. Okay. Das ist ja auch cool, wenn es trotzdem zählt. Und ich hoffe mal, dass ja auch immer verschiedene Events kommen. Aber ich habe schon andere Events gesehen. Also ich habe ein Event gesehen, Kuh auf Skateboard. Bei Township war das ja Kuh auf Snowboard. Und hier ist es Kuh auf Skateboard. Und das ist natürlich ziemlich cool. Nein, was mache ich denn? Das ist ziemlich cool. Also da freue ich mich auch schon drauf. Das Event geht ja auch. Ah, nein. Sechs Tage. Ja, sechs Tage geht das. Oh Mann. Jetzt nur noch ein. Hilfe. Ja, wieder nicht geschafft. Aber, oh. Ganz, ganz knapp davor. Schade. Ganz, ganz knapp davor. Aber ey, wenn man die Sterne trotzdem bekommt, ist alles gut. So, dann ist mir das eigentlich egal. Aber guck mal, da oben. Drei von fünf. Also das sind, glaube ich, Leben. Und dann muss man halt warten. Bis man wieder spielen kann, denke ich mal. Aber wie gesagt, das geht sechs Tage. Ich glaube, nach sechs Tagen kann man das eh nicht mehr sehen. Dann hat man auch die Nase voll vom Turm bauen. Also, ich finde das echt mal eine schöne Abwechslung zum Candy Crush. So. Aha. Und wer weiß, vielleicht gibt es hier auch wieder Tricks. So, dass da mal auf eine bestimmte Farm geht. Wisst ihr noch? Bei Township. Das war immer richtig cool. Glücksstadt. Oh, jetzt habe ich nur noch zwei. Einen. Oh nein. Yeah, geschafft. Mit einem. Oh Mann. So. So. He he. Ja, also es gefällt mir gut. Und was gibt es jetzt? Gibt es ja auch immer Belohnungen. Guck mal, zwei Farbrollen. Ich denke mal, die Belohnungen werden natürlich... Ah, man sieht sie sogar. Cool. Aha. Okay. Aha. Okay. Weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Die haben wir... Oh, 50 T-Cash. Oh, Dreamwood. Cool. Das wäre natürlich auch cool. Und 200 T-Cash am Ende. Wow. Das ist, äh... Das ist gut. Also da werde ich sicherlich noch ein bisschen spielen. Hier und da. Sicherlich. So, was... Achso, das war das. Ich habe übrigens... Ja. Ich habe mir den Farmpass gekauft. He 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 he. Ich habe es einfach gemacht. Tut mir leid. So, 10%. Hä? Sie können den Vorteil 10 Minuten kostenlos aktivieren und pausieren. Hä? Habe ich den Farmpass nicht gekauft? Ich habe den doch gekauft. Oder? Also da muss ich aber nachher nochmal gucken. Ich... Ah, nein. Ich habe hier, ähm... T-Cash gekauft. Das war das, glaube ich. Ja. Also ich habe hier so ein Angebot angenommen, dass ich 600 T-Cash... Ich glaube für... Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube 5 Euro. Weil... Ich wollte... Hä? Ich habe schon wieder ein Feld. Ich wollte... Zu Anfang an direkt hier diese Maschinen... Mir die Plätze freikaufen. Weil die sind wichtig, ne? Gerade zum Leveln sind am Anfang die... Felder von den Standardsachen echt wichtig. Ohne die... Ohne die... Ja, ohne die ist eigentlich... Ja, ist doof. Ist schon einfacher, wenn man die hat. Und ich habe mir gedacht, ich spiele das auf jeden Fall weiter. Weil... Ja klar, man fängt halt neu an. Das ist halt ein bisschen nervig. Das gebe ich zu... Das gebe ich zu... Moment... Ey... Kann man die wirklich einfach alle freikaufen? Man braucht ja gar keine Tools. Man braucht echt keine Tools. Das ist geil. Das ist geil. Ähm... Ja. Ich glaube die Dingsfabrik, die habe ich gerade... Ja, ja. Das dauert 6 Stunden. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin ja bald Level 10. Was kriege ich da? Okay. Ich weiß gar nicht, ab wann man einen Koop kriegen kann. Und... Guck mal, ich kann jetzt schon Freunde annehmen. Wo ist denn mein Gamer-Tag? Kann ich das hier irgendwo sehen? Your alias at 4C408D. Das ist das, glaube ich. Also ich glaube da... Könnte man mich mit adden. Glaub ich. Also ich bin mir nicht sicher, ne? Ja, aber die hier kenne ich alle nicht. Wo sollen die denn her sein? Ne. Ja, also da wisst ihr Bescheid. Guck mal, ich glaube man kann sogar Geschenke verschicken. Nein, ich wollte die nicht besuchen. Oh, was hat die denn für coole Schiffe gehabt? So, gehen wir einmal zurück und... Gehen nochmal auf Freunde. Nein, nicht da hin. Freunde. Akzept. Ne. Invite. Da oben ist doch hier 5 Geschenke. Guck. Da oben steht 5 Geschenke. Und ich glaube... Ne, ich will... Ali will ich nicht in meiner Liste haben. Ich nehme jetzt mal Farm City. Ich wollte die nicht einladen. Moment. Dann nehme ich hier Valentina. Akzept. So. Und jetzt gehen wir auf meine Freunde. Da ist sie. Und jetzt kann ich ihr ein Geschenk schicken. Aha. Aha, cool. Ist also quasi genauso wie bei... Ey, hier ist alles die bei Township. Das Geile ist... Die haben Township nachgemacht. Aber... Die haben Township nachgemacht, wie es damals war. Hoffentlich bleibt es einfach so. Ich würde das so feiern, wenn es einfach so bleibt. Naja, wir werden es die Tage sehen. Keine Sorge, es kommen auch noch Township-Videos. Aber... Es wird wahrscheinlich jetzt erstmal auch richtig viel hiervon kommen. Weil man natürlich auch jeden Tag hier neue Erfolge hat. Und das will ich natürlich mit euch teilen. Und deswegen kommt da einiges. So. Wir sehen uns. Tschö mit Ö. Tschau mit Au. Bis dann.